Vielen Dank für die Möglichkeit heute sprechen zu können. Den Grund meines Besuches seht ihr gleich. Ich spreche nicht zum ersten Mal heute, also zum ersten Mal hier. Das erste Mal habe ich glaube ich über Tor gesprochen, das zweite Mal über Netzsperren und bei meinem letzten Besuch habe ich mich mit dem Thema der Buffet-Touristen ausführlich auseinandergesetzt. Heute bin ich aus einem anderen Grund hier und zwar, ich möchte mich bei euch bedanken, bei MetaLab. How to be seriously, be serious about free stuff. Ein kleines Dankeschön. Und zwar, worum geht's? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben im September den ISPA Summit veranstaltet. Wer von euch war dort? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann könnt ihr euch noch erinnern an unsere Vortragenden Aran Balkan. Unten die Julia Rehder, sieht man ein bisschen blass. Und dann haben wir auch noch die Julia Krüger. War eine sehr gute Veranstaltung. Und es gibt so Luxusprobleme bei Veranstaltungen. Wenn ihr das Catering gecheckt habt, die Location ist in Ordnung, die Sprecher werden sich hoffentlich nicht alle gegenseitig recht geben, dann hat man Zeit darüber nachzudenken, ob man vielleicht Giveaways hergeben möchte. Und ich denke, da liegt die Latte mittlerweile schon hoch, weil wir geben uns da echt Mühe und versuchen da auch durchaus sinnvolle Dinge zu verschenken. Und zur Zeit des ISPA Summits war das Überwachungspaket gerade groß in Diskussion. Das hat der Tom eh vorher schon angesprochen. Und der Bundestraianer, beziehungsweise die Quellen-TKÜ, war ein heißes Thema. Und da haben wir uns überlegt, was kann man quasi dagegen machen, dass die Geräte infiziert werden. Und haben uns überlegt, naja, ich habe mir so ein tolles Kabel bekommen, das verhindert, dass quasi Daten übertragen werden, während mein Handy aufgeladen wird. Wenn man sich zum Beispiel in einem fragwürdigen Staat, an einem deutschen Flughafen oder in einem österreichischen Ministerium zum Laden ansteckt. Und dieses Kabel hat einen Schönheitsfehler. Es hat zwei Enden. Und sobald man etwas verschenkt, was nur einen Standard hat, kommen alle anderen und beschweren sich, dass sie ihr altes iPhone nicht laden können. Aus dem Grund haben wir gewusst, gut, wir brauchen einfach ein USB-Gerät, das wir dazwischen stecken. Und wir haben dieses USB-Gerät dann gefunden und haben es bestellt und die Lieferung hat geklappt und dann waren diese 200 Stück da. Und dann haben wir uns überlegt, wissen wir eigentlich, was in dem Gerät vorgeht? Und haben dann herumgefragt, wer uns quasi helfen kann, herauszufinden, ob dieses Gerät auch wirklich nur das tut, was es tun soll. Also nur den Ladestrom durchzulassen und den Datenstrom zu unterbinden. Und da sind wir von mehreren Seiten auf das MetaLab, also wir sind zu euch geschickt worden. Ich glaube, so kann man es sagen. Und ich habe da mit dem Clemens Hopfner gesprochen. Und der war sehr nett und hat sich der Sache in gewohnt sorgfältiger Manier angenommen. Und hat diesen armen kleinen Stick dann wirklich auseinandergenommen und seziert, möchte ich fast sagen. Hat ihn auch durchgemessen. Es wurden erste Schaltpläne erstellt. Das ist eine Röntgenaufnahme, die ist bei meinem Zahnarzt entstanden. Also wir haben wirklich nichts dem Zufall überlassen. Ihr seht hier übrigens schön, das sieht man jetzt leider nicht auf der Tonaufzeichnung, dass der Datenstrom quasi hier wirklich zu Ende ist. Die Kontakte enden hier. Und ich habe dann gefragt, du Clemens, kannst du mir jetzt irgendwie bestätigen, dass dieses Ding sicher ist? Und er hat mir dann ein langes E-Mail geschrieben und hat dann sinngemäß geschrieben, also Max, wenn du in einem Flugzeug sitzt und der Pilot und der Co-Pilot werden beide ohnmächtig, alle anderen Personen an Bord des Flugzeugs sind auch ohnmächtig und du bist die einzige Person, die das Flugzeug landen kann, dann kannst du mit deinem Telefon nach vorne gehen und es anstecken. Und wenn du den Stecker benutzt, kannst du verhindern, dass das Flugzeug abstürzt, weil dein Telefon es infiziert. Also, lange Rede, kurzer Sinne, Herr Gmant, es ist relativ sicher. Es gibt übrigens noch so einen kleinen Chip auf diesem Gerät drauf. Der ist leider notwendig, weil was ich nicht wusste, wenn man einfach nur Strom ansteckt, vereinfacht ausgedrückt, dann würden die Mobilgeräte nicht laden, weil die brauchen quasi ein Gegenstück, das sagt, hallo, ich bin ein Ladegerät und ich würde gerne mit dir kooperieren. Wir haben die USB-Sticks, also wir haben diese Zwischenteile dann noch stichprobenartig untersucht und quasi konnten ausschließen, dass die modifiziert waren. Das einzige Gerät, dem es irgendwie schlecht ergangen ist, war das Gerät, das zu lange im MetaLab geblieben ist, weil wie der Clemens dann Zeit hatte, hat er dann begonnen, da noch einen Chip reinzulöten und Widerstände, um quasi zu beweisen, dass man mit einem derartigen Gerät auch durchaus Schaden anrichten kann. Und jetzt, Tom, würde ich dich bitten, das auszupacken. Wir haben euch da was mitgebracht, als Dankeschön für eure Bemühungen. Und erstens einmal, weil das bei uns sehr beliebt ist, aber zweitens, weil wir auch den Gedanken ganz lustig fanden, was ihr dann mit diesem Gerät alles tun werdet. Also bitte, tut es mir den Gefallen, macht es nicht irgendwas Profanes und macht es einfach nur, keine Ahnung, ein Bitcoin-Dispender. Nein, macht es was Schönes, irgendwie eine Gesichtserkennung und nur wenn ihr gleichzeitig hungrig und manisch reinblickt, dann sollt ihr was bekommen. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Ich weise gleichzeitig darauf hin, dass wir es natürlich nicht neu befüllen, weil das wird dann wirklich teuer. Wir übernehmen auch keine Haftung für, keine Ahnung, Gewichtszunahme oder was sonst noch eintritt und bedanken uns auf diese Weise noch einmal herzlich für die Unterstützung bei der Abwicklung unseres Events. Und wir wären nicht die ISPA, wenn wir nicht noch schnell auf eine Veranstaltung hinweisen würden. Und zwar am 7.12.2017 ab 19 Uhr im Jaya Fuera haben wir unsere Weihnachtsfeier. Und ich wurde schon hingewiesen, das ist ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, weil ihr da den nächsten netzpolitischen Abend habt. Aber ich hoffe, dass doch die eine oder der eine und andere sich nachher zu uns verjähren beziehungsweise vielleicht sogar schon etwas früher gehen. Ihr habt sicherlich ganz tolle Vorträge, die es bei euch zu hören gibt. Bei uns gibt es die Tagespresse-Show. Kann ich nicht versprechen, ich kann es versuchen. Gut, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Applaus